Weil egal ob lachend, weinend, kämpfend, arbeitend, schlafend oder einfach nur da, mit unserer mentalen Stärke können wir alles schaffen und haben gelernt in Regen zu tanzen. Weil wir trotz der sozialen Ungerechtigkeit und der Hindernisse, die uns von der Gesellschaft in den Weg gestellt werden, nicht aufhören für unsere Rechte laut zu werden. Weil wir Bauerfrauen sind, sensibel und wir denken schon über die Sonne, schon ein bisschen im Vorhinein drüber nach. Weil wir uns als Gemeinschaft sehen, einander unterstützen und uns als Gefährtinnen sehen, anstatt als Konkurrentinnen. Weil wir uns dafür einsetzen, dass solche Fragen nicht mehr gestellt werden müssen, denn wir brauchen uns nicht rechtfertigen, wie und wer wir sind. Weil wir mutig, ausdauernd und leidenschaftlich im Job und im Sport jede Herausforderung meistern. Weil wir niemals aufgeben, immer wieder aufstehen, auch wenn es immer noch schwerer ist für uns. Weil Führungspositionen und berufliche Werdegänge keine Frage des Geschlechts sind. Weil wir im Streben um Gleichberechtigung unermüdlich weiterkämpfen werden. Weil wir den herausfordernden Weg gehen und Verantwortung übernehmen.